Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, in diesem Video geht es heute um ein gesundes Picknick. Und zwar wollten Henry und ich heute mit ein paar Freunden von uns picknicken gehen, aber wir wollten nicht so Rezepte haben, die viel Kalorien haben. Und deswegen haben wir uns ein paar ausgesucht, die relativ kalorienarm sind, aber auch viele Eiweiße haben, gesunde Fette. Und das werdet ihr jetzt sehen. Ja, und ich nehme euch auch mit zum Picknick, denn wir fahren heute zu einem See und dann fahren wir auch Tretboot und ja, dann bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, hier haben wir einfach nur einen ganz normalen Kräuterquark. Hier haben wir einfach nur Magerquark, Zitronensaft und ein paar Kräuter zusammen gemischt, damit man gleich das Rohkost da rein tunken kann. So, jetzt machen wir auch noch was Süßes für das Picknick. Und zwar gibt es einen Joghurt mit Müsli und gefrorenen Früchten. So, jetzt machen wir einfach nur einen Joghurt mit Müsli und gefrorenen Früchten. So, jetzt ist es ein absolutes Muss beim Picknick, weil es einfach lecker und saftig ist und perfekt für den Sommer. Und dann wird beim Picknick-Brot nicht fehlen. Und deswegen haben wir hier einmal Joghurt mit Walnussgeschmack. Und als Dip machen wir Guacamole mit Avocado, damit wir ein paar ungesättigte Fettsäuren haben. Bis zum nächsten Mal. Okay Leute, unser Essen ist jetzt fertig. Jetzt warten wir noch auf Alex und Julia, weil die kommen mit und dann fahren wir zum Harigsee und fahren ein Tretboot und picknicken ganz entspannt. Ja, aber noch weit und breit, noch keine Alex und keine Julia. Da kommen sie ja. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt angekommen und guck mal, wer wir gefunden haben. Hallo. So, unser Essen ist jetzt präpariert. Ich gönne mir schon mal eins. Schmeckt's? Freutig. Okay. Danke. Wie schmeckt's dir Alex? Hast du hervorragend gemacht. Vielen Dank. Siehst du? Der ist nett. Hallo. 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 Ich lebe dich. Oh nein. Ich lebe dich. Ich lebe dich mehr. Bisschen vorne, ja? Ja, unten. Soll ich dir das zeigen? Sarah füttert was zwischen den Zähnen. Wollt ihr das alles sehen? Okay, Leute. Also das ist unser Picknick hier und das sind wirklich gesunde Alternativen. Das muss immer so fettig sein mit diesen ganzen Nudel-Salaten und Pfeffel-Salaten. Den Balk. Ja, auf jeden Fall hat man hier runde Sachen, runde Fette und Eiweiße, ne? So wie es ist. Ja. Ja. So wie es auch war. Ja. Wenn wir essen, wie es spielt, dann geben wir noch Tretfood-Fahne draus. Ja. Nice. Die Seifenblasen-Fünstler hier. Thanks. Hi Leute. Mein Name ist Sarah Fitt. Willkommen zu meinem Video. Ich bin Sarah Fitt. Hi Leute. Ich bin Sarah Fitt. Ich bin Sarah Fitt. Ich bin so Lassi. Die Beauty-Queens hier. Oh mein Gott. Oh shit. Schau mal mit dem Schwan. Schau mal mit dem Schwan. Schau mal mit dem Schwan. Ich bringe ein bisschen Wasser rein einfach. Miau. Miau. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. FLEX oder was? Machst du ein Foto? Ja ich mach' Foto. Ja? Machst du das Video? Oh sorry. Das haben wir gegessen, jetzt gehen den Tretfood fahren. Freunde, jetzt geht's los, auf jeden Fall. Okay so, wir haben jetzt unser Boot und hier die Männer treten natürlich, ne? Ja, Karl ist einfach so flexig. Genau. Schau Leute, schau mal bitte, was die Männer hier gemacht haben. Wir hängen hier mitten in einem Baum. Was macht ihr? Oh Leute, ich bin hier über Spinnen. So, ja Leute, Expedition hier durch den Dschungel. Ah! Leute! Ich bin so grün. Das geht. Nein, ich bin hier. Oh mein, wir haben es geschafft. Achtung, Achtung. So, wir fahren jetzt. Wie ist es da jetzt denn so, Jungs? Schön, spannend, oder? Ja, schön, freut mich. So, und an dieser Stelle beendet ich auch das Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal. Oder beziehungsweise, wenn ihr mehr so Couple-Actions sehen wollt. Ja, Alter. Wir machen es echt einen eigenen Kanal. Couple-Actions. Genau, Couple-Actions. Und ich blende euch hier mal den Instagram-Account von Julia ein. Und von Alex. Ja, und Henry, ist egal. Ja, das wird keiner sehen. Komm, komm mal rein da. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.